Hallo, mein Name ist Tanja Ruttier. Willkommen bei Video Wissen. Wir hatten ja vor kurzem bei Urknallwäldern und das Leben einen Vortrag über die Hobble Ultra Deep Fields oder die tiefen Hobbelfelder. Wenn Sie das nicht gesehen haben, bitte stopp und gehen Sie zum YouTube-Kanal Urknallwäldern und das Leben, Babelsberger Sternennächte und gucken sich den Beitrag nochmal an. Hier gehen wir auf die ersten Fragen ein und ein bisschen tiefer in die Identifikation von Quellen im Hobble Ultra Deep Field. Was sind jetzt die verschiedenen Kameras, die für diese Hobble Deep Fields benutzt werden können? Die Original-Hobble Deep Field Aufnahmen von 1995 wurden mit dieser Wild Field Camera, Planetary Camera 2, WIF-PIC 2 nennen wir sie als Kurzname, aufgenommen. Als es das Space Shuttle noch gab, konnten wir tatsächlich Service-Missionen zum Hubble Space Telescope mit Astronauten neue Kameras einbauen. Und in der ersten Service-Mission wurde diese WIF-PIC 2 eingebaut. Sie sehen diese sehr interessante, stufenartige Form dieser Kamera. Das hat etwas damit zu tun, dass in der Mitte eine etwas höhere Auflösung ist. Die Pixels dieser Kamera sind etwas größer, also sie waren noch recht kleine Auflösung für diese Hobble-Kamera. Und so wurde in der dritten Service-Mission 2002 eine neue Kamera, die Advanced Camera for Surveys, eingebaut. Und die ist tatsächlich sehr groß, 3x3-Bogen-Minute-Gesichtsfeld. Und die macht im optischen Bereich sehr schöne Bilder und sehr hoch aufgelöste Bilder mit sehr kleinen Pixels. Und damit wurden auch die ersten Aufnahmen vom Hubble Ultra Deep Field, diesen tiefsten Blick ins Universum, den wir haben, mit dieser Advanced Camera for Surveys gemacht. Die letzte Service-Mission wurde 2009 unternommen. Da wurde auch diese WIF-PIC 2 Kamera abgebaut. Und eine neue Kamera, die hieß Wildfield Camera 3, WIF-3 nennen wir sie öfters. Das Besondere an dieser Kamera, die etwas kleiner im Gesichtsfeld sogar ist und etwas größere Pixel wiederum hat, aber die kann im UV-Bereich und im Nahinfraroten sehen. Hier sehen Sie eben die Pillars of Creation im Adlernebel. Da ist es ein Sternenstehungsgebiet. Und im Infraroten können wir tatsächlich durch diese Wolken hindurchgucken. Das war zwar in der Pixel-Technologie oder in der CCD-Technologie nicht so viel Neues, aber es eröffnete uns ein neues Fenster ins Universum, weil wir ins Infrarote gucken konnten. Und das Hubble Ultra Deep Field wurde auch tatsächlich nochmal 2012 mit dieser WIF-3 beobachtet, auch wieder um die 22 Tage herum tief beobachtet. Und deswegen gab es einen neuen Datenrelease dieser neuen Aufnahmen. Wie werden Muse-Spektren denn überhaupt identifiziert? Und heutzutage wissen wir ja, dass maschinelles Lernen und KI eigentlich doch uns die ganze Arbeit abnehmen müssten. Naja, aber zum maschinellen Lernen brauchen wir erstmal eine Vorexpertise, wo die Maschine dann tatsächlich daraus lernen kann. Es gibt inzwischen Programme, die natürlich ein bisschen klassifizieren, wo man maschinelles Lernen anwenden kann. Aber hier wollen wir uns erstmal auf die Physik konzentrieren, wo wir wissen, ein Spektrum sieht so und so aus. Oder manchmal wissen wir sogar nicht, wie hochrot verschobene Spektren vielleicht aussehen von bestimmten Galaxien. So müssen wir uns die Expertise erstmal aneignen. Und deswegen hat hier zum Beispiel das Datenrelease-Paper von letztem Jahr 33 Co-Autoren, weil da eine enorme Expertise dazugekommen ist. Das fängt an bei der Datenreduktion von diesen komplizierten Daten von Muse. Es geht hin zu Analyse-Methode. Wie extrahiere ich ein optimales Spektrum? Welche Pixel benutze ich dafür? Dann natürlich die Identifikation, die Rotverschiebung. Was ist das für eine Art Galaxie? Und dazu versuchen wir, alles, was wir haben, alle Informationen, ob das nur Hobbel oder sogar Röntgen oder Radioinformationen, dazu zu benutzen. Und das dauert eben. In diesem Paper, das übrigens 42 Seiten lang ist und nur um diese Daten geht, es geht kaum um Wissenschaft, es geht nur um diese Präsentation der Daten, und dann ist zum Beispiel dieses eine Bild zu sehen. Und dieses Bild zeigt, wie zum Beispiel eine Identifikation von sich geht. Wir haben eine Galaxie und Sie sehen hier, das sollten hier eine von 444 Galaxien identifiziert werden. Wir haben eine bestimmte Anzahl an Galaxien, das dauert vielleicht zwei, drei Tage für uns, die zu identifizieren. Links unten sehen Sie das Spektrum dieser Galaxie und die wurde jetzt als Emissionsliniengalaxie identifiziert. Also gibt es einen Zoom in, wo die Emissionslinie halt zu sehen ist. Die hat ungefähr so zwei Huppel und das ist indikativ für eine Art Galaxie, wo dieser Huppel die O2-Linie, also bestimmte Sauerstofflinie, darstellt. Das ist natürlich schon erstmal sehr schön zu sehen, das wird wohl vielleicht diese O2-Linie zu sein. Aber wenn wir uns nicht sicher sind, können wir uns einfach auch die Hobbelbilder anschauen. Was sagen die in der fotometrischen Rotverschiebung? Also wenn wir halt schon Magnituden von den verschiedenen Galaxien haben, wird gesagt, naja, es ist wahrscheinlich eine hochrot verschobene Galaxie. Es ist nicht sicher, wir haben kein Spektrum, aber es ist wahrscheinlich. Und das nennt man eine fotometrische Rotverschiebung. Und hier rechts ist, wo wir dann die Klassifikation übernehmen. Wir haben dann gesagt, die ist eine Galaxie bei Rotverschiebung 0,99 oder so. Und wir haben Sicherheit nicht ganz sicher, wir haben nicht Sicherheit drei, aber Sicherheit zwei. Wir sind uns ziemlich sicher. Manchmal müssen wir auch sagen, das gehört auch zu dieser Galaxie, die Hobbel-Galaxie 10.000 und so weiter. Dann haben wir gleich die Galaxie, die im Hobbel identifiziert wurde, mit dem Spektrum dargestellt. Vielleicht erinnern Sie sich ja, es gibt manche Galaxien, wo es überhaupt kein Hobbel-Gegenstück gibt. Und am Ende kann die vielleicht aufgesplittet sein. Es gibt viele, viele Methoden hier, um uns zu helfen, diese Galaxie zu identifizieren. Sie sehen also, wir können über fünf Minuten nur für die Identifikation einer Galaxie verbringen. Und wenn Sie sich vorstellen, wir haben jetzt 4.000 Galaxien identifizierend, dann sind wir halt ungefähr 20.000 Minuten damit beschäftigt. Und deswegen braucht es viele Jahre, viele Autoren und viel Expertise, dies zu machen. Ein anderes Beispiel, und jetzt wollen wir das mal live verfolgen, deswegen muss ich mir jetzt die Brille, meine Lesebrille aufsetzen. Ich möchte Ihnen mal an einem Beispiel von einer bestimmten Emissionslinien-Galaxie, oder vielleicht zwei oder drei, das ist Arbeit, die ich tatsächlich gerade an meinem Computer mache. Das ist zwar nicht das Hobbel-Ultra-Deep-Field, das ist ein anderes tiefes Hobbelfeld. Aber das Prinzip ist das Gleiche. Wir haben eine Emissionslinien-Galaxie. Hier sehen Sie verschiedene Emissionslinien, hier im Grünen, die mit unserer Detektionssoftware detektiert wurden. Sie erinnern sich vielleicht, wie wir in dem Filmchen durch verschiedene Lagen von dem Muse-Kubus gegangen sind und manchmal so verschiedene Blitze es aufkamen. Diese Blitze sind diese Emissionslinien, die halt darauf kamen. Hier sehen Sie das dazugehörige Hobbel-Bild, jetzt nur eine bestimmte Filter. Und die hellste Emissionslinie wird hier gezeigt. Und um das Verhalten von dieser Emissionslinie zu sehen, kann ich sogar, wurde in diesem Programm, das durch eine Doktorandin an unserem Institut geschrieben wurde, können wir uns richtig durchbewegen. Als Default wird die Lyman-Alpha-Linie hier angenommen. Das ist aber eine sehr helle Galaxie, also wird es wohl nicht die Lyman-Alpha-Linie sein. Also können wir raten, was für eine andere Emissionslinie sind. Hier sind so die gängigen Emissionslinien oder Identifikationen, die wir hier sehen. Wir könnten also die O2-Linie nehmen. Dann werden versucht, andere Linien dazu zu treffen. Dies ist aber eine sehr große Galaxie, also wird es wohl eine nahe sein. Nehmen wir mal H-Alpha, das ist eine Wasserstofflinie, eine Balmer-Linie. Und tatsächlich, wenn ich auf H-Alpha drücke, sehen Sie, dass alle anderen Linien identifiziert sind. Hier ist eine Sauerstofflinie, Emissionslinie, H-Beta, das ist die Wasserstofflinie, der nächste Übergang. Und die O2-Linie sind tatsächlich, haben alle, wurden damit identifiziert. Ich kann also diese Galaxie, H-Alpha, da sind mehrere Linien identifiziert, deshalb, das ist unsere Qualität, das ist jetzt nicht weiter wichtig. Und ich bin ziemlich sicher, dass es die ist. Also gebe ich Ihnen eine Confidence, also eine Sicherheit von drei. Gehen wir zur nächsten Galaxie. Die ist dann schon ein bisschen komplizierter. Weil wenn ich hier ein bisschen rumgehe und andere Linien versuche, sind tatsächlich keine anderen Linien zu sehen. Und wenn ich mir die Hubble-Bild hier anschaue, ist eine sehr, sehr, sehr kleine, fast punktformartige Quelle als Gegenquelle dargegeben, sodass es tatsächlich, ich denke, dass das eine Leimen-Alpha-Linie ist. Und die hat auch eine Form, so eine Art Dreiecksform, die sehr indikativ von dieser Leimen-Alpha-Linie ist. Ich gehe mal ein bisschen hier, zoome ich mal ein bisschen rein. Und dieser Abfall ist sehr indikativ von Leimen-Alpha. Ich kann auch das Spektrum ein bisschen größer machen, die Apertur. Die Apertur größer machen, dann sieht man, wie sich die Linie verändert. Also es wird wohl die Leimen-Alpha-Linie sein. Es gibt keine andere Linie, das ist diese Qualitätsflagge. Und da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Also gebe ich ihr eine Sicherheit, eine Confidence von nur zwei, nicht drei. Die nächste Galaxie, die ist schon wieder noch weniger. Also wenn ich hier ein bisschen reinzoome, da ist zwar ein Gegenstück, aber das ist so schwach, also richtig, richtig schwach, das ist wieder indikativ dafür, dass es bestimmt eine sehr hochrot verschobene Galaxie ist. Und hier ist wieder zu sehen, dieses dreieckige Herabfallen von dieser Emissionslinie. Es ist also wirklich tatsächlich vielleicht Leimen-Alpha. Ich mache sicherheitshalber immer noch die anderen Linien, gucke ich mir an. Nein, da gibt es keine andere Indikation, dass es etwas anderes wäre als Leimen-Alpha. Also klassifiziere ich es als Leimen-Alpha. Und dadurch, dass ich diesen Dreiecksverhalten sehe, gebe ich ihr doch eine Sicherheit von zwei und nicht eins. Und das ist, manchmal verbringe ich einen Nachmittag damit, wirklich so eine Klassifikation von diesen Galaxien hervorauszubringen. Und dann dauert es halt nochmal, da müssen wir uns nochmal zusammentun und das diskutieren. Es reicht nicht nur, wenn eine Person das klassifiziert. Die kann sich manchmal irren oder manchmal ist sie sich nicht sicher, aber die andere Person hat etwas gefunden, was da nicht war. Manchmal ist es vielleicht eine ganz andere Linie. Hier haben wir einen riesen Katalog an Emissionslinien, die es sein könnte. Das sind hier nur die häufigsten, die vorkommen. Und diese Sessions, wo wir da zusammen Galaxien klassifizieren, die sind immer sehr schön, weil man macht zur gleichen Zeit Wissenschaft. Man entdeckt Sachen zur gleichen Zeit. Manchmal sieht man ein Halo um diese Galaxien. Manchmal sieht man eine besonders hochrot verschommene Galaxie, bei vielleicht Rotverschiebung 6 oder noch mehr. Das ist dann natürlich sehr spannend für uns. Und zur gleichen Zeit ist es, man lacht viel, man diskutiert viel. Und am Ende hat man einen Katalog von Galaxien. Und diesen Katalog habe ich Ihnen ja dann gezeigt. So, ich hoffe, Sie konnten ein bisschen Einblick in meine tägliche Arbeit, damit ich mit diesem Hubble Ultra Deep Field dann auch bekommen. Und für Fragen bin ich dann, natürlich stehe ich Ihnen zur Verfügung. Vielen Dank. Vielen Dank.